Die Bürgerversammlung der Stadt Traunreuth kommt zu Ihnen nach Hause. Im Namen des ersten Bürgermeisters Hans-Peter Dankstadt und der Stadtverwaltung lade ich Sie herzlich ein zur virtuellen Bürgerversammlung 2022 am Dienstag, den 25. Oktober ab 19 Uhr. Schalten Sie ein über unsere Internetseite, über Facebook oder YouTube und stellen Sie Ihre Fragen. Die können Sie natürlich schon vorab einschicken über ein Formular auf unserer Internetseite, per E-Mail an bürgerversammlung.traunreuth.de, über dieses ausgefüllte Formular oder natürlich auch per Post. Am Abend selbst können natürlich auch Fragen gestellt werden. Das funktioniert dann über die Kommentarfunktion bei YouTube, über Facebook Nachrichten oder über den WhatsApp Channel der Stadt. Alle Infos finden Sie nochmal auf unserer Homepage traunreuth.de und jetzt freuen wir uns auf eine spannende virtuelle Bürgerversammlung am 25. Oktober ab 19 Uhr. Vorab 19 Uhr. h